Lucas Hernandez verlässt den FC Bayern München und wechselt für eine Grundsumme von 45 Millionen Euro nach Frankreich zu Paris Saint-Germain. Damit ist der französische Nationalspieler neben Robert Lewandowski der teuerste Abgang der Bayern. Gleichzeitig ist er aber weiterhin, zumindest noch, Rekordzugang der Bayern mit einer damaligen Rekordablösesumme von 80 Millionen Euro an Atletico Madrid. Und genau darum soll es in dem heutigen Video gehen. Nicht wie üblich in meinen Transferanalysen, wie ein Spieler zu seinem neuen Verein passt, sondern eben wie gut der Transfer in der Nachbetrachtung für einen Verein war. In dem Fall halt eben mit Lucas Hernandez zu den Bayern. Betrachten wir zunächst einmal nur die finanzielle Ebene. So hat man ihn eben damals 2019 für 80 Millionen Euro verpflichtet mit einem 5-Jahres-Vertrag. Dabei hat Hernandez wohl 20 Millionen Euro pro Jahr verdient, was dann halt eben hochgerechnet über die 4 Jahre bis heute insgesamt auch nochmal 80 Millionen Euro wären. Somit wäre man dann halt eben bei einem finanziellen Gesamtpaket von 160 Millionen Euro angelangt, das man halt in Hernandez gesteckt hat, seit er da war. Nach den 4 Jahren hat man es eben nicht geschafft, seinen Vertrag zu verlängern. Es waren beide Seiten wohl bereit dazu. Allerdings wollte Hernandez jetzt wohl unbedingt zu PSG wechseln, weshalb man ihm jetzt auch keine Steine in den Weg gelegt hat. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, das Schlimmste zu vermeiden und noch mehr Verlust mit ihm zu machen. Denn natürlich ist die Ablösesumme gemessen an seinem Marktwert, der genauso hoch ist wie die Ablöse, jetzt eher gering. Aber das liegt halt vor allem daran, dass er nur noch ein Jahr Restvertrag hat, deshalb nicht ganz so teuer für PSG ist. Aber man hat halt eben das Schlimmste vermieden, indem man ihn jetzt verkauft und nicht noch ein Jahr wartet und ihn dann halt ablösefrei verliert. Dennoch muss man natürlich den Gesamtverlust ausrechnen. Und wenn man nur die Ablösesummen betrachtet, also was Bayern gezahlt hat und was sie jetzt bekommen, dann sind das halt eben 35 Millionen Euro Verlust. Allerdings sollte man meiner Meinung nach das gesamte Paket mit einbeziehen, also mit seinem Gehalt, dann wären es halt sogar knapp über 100 Millionen Euro Verlust, die man mit Hernandez gemacht hat. Und wenn man möchte, könnte man hier sogar ehrlich gesagt noch das Gehalt von Daily Blind für die sechs Monate, die er da war, mit einberechnen. Denn der wurde, glaube ich, hauptsächlich deshalb verpflichtet, weil Hernandez halt mal wieder verletzt war und somit halt jemand die Lücke im Kader schließen musste. Und warum bestehe ich unbedingt darauf, das mit einzubeziehen? Einfach deshalb, weil das Gehalt ist ja das, was er für seinen sportlichen Mehrwert bekommt. Und der war halt über die gesamte Zeit betrachtet doch eher gering. Denn so stand Hernandez in nur 83 von möglichen 198 Spielen bei den Bayern in der Startelf. Das sind dann insgesamt nur 42 Prozent dessen, was möglich gewesen wäre. Und das ist schon sehr wenig und ist halt vor allem seiner Verletzungsanfälligkeit zu verdanken. Da hat es ihn halt echt oft schlimm verletzt, sei es jetzt bei den Bayern, oft wenn er gerade wieder fit war oder dann halt eben bei der WM im ersten Gruppenspiel. Also das war dann oft auch schon recht bitter und da kann er natürlich überhaupt nichts dafür. Dennoch gab es auch im Hintergrund den ein oder anderen Skandal. Gerade rechtlich, familiär gesehen mit seiner Frau, ich habe da jetzt kein allzu großes Hintergrundwissen. Aber auch das hat jetzt eher ein negatives Licht auf ihn geworfen und nicht unbedingt geholfen. Jetzt verlässt er die Bayern eben und wie gesagt kann er natürlich selbst nichts für seine Verletzungen und dass er selten zur Verfügung stand aufgrund dessen. Aber das Video hier soll auch weniger Kritik an Lucas Hernandez selbst sein, sondern vielmehr an denen, die für den Transfer zuständig sind. Namentlich natürlich Hasan Salihamidzic, der den Transfer damals eingefädelt hat. Ich habe ihn hier ja schon oft kritisiert und die Nachwehen seiner Transfers bzw. seiner Amtszeit werden immer deutlicher und die wird man auch in den kommenden Jahren noch spüren. Sei es eben mit Hernandez, mit Mané, vermeintliche Topstars, die dann halt eben doch nicht perfekt reingepasst haben. Und da ist die Schuldzuweisung für mich eigentlich recht klar verteilt, denn es war auch ehrlich gesagt abzusehen, dass Hernandez eben ein sehr verletzungsanfälliger Spieler ist. Und den zu verpflichten kann man machen, aber dann halt eben nicht für so eine Rekordsumme, die ja mal übertrieben hoch ist im Vergleich zu den anderen Top-Transfers, die man bis dahin getätigt hatte. Also das ist für mich unverständlich. Ist natürlich im Nachhinein auch besser zu bewerten wie im Vorhinein. Dennoch wollte ich das Ganze hier einfach mal noch festhalten. Kein guter Transfer, definitiv nicht. Meiner Meinung nach sogar einer der schlechtesten der Bayern überhaupt, weil der finanzielle Verlust halt eben so groß war. Und der sportliche Mehrwert nicht der allerhöchste, auch wenn er zwischenzeitlich immer mal wieder gute Phasen hatte und natürlich rein grundsätzlich ein richtig guter Spieler ist. Das soweit meine Gedanken zum Hernandez-Transfer zu PSG. Was sagt ihr zu dem ganzen Teil der meine Einschätzung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!